Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, in den letzten zehn Jahren ist der Sauenbestand in Deutschland um 34 Prozent zurückgegangen und du machst genau das Gegenteil und investierst vom Nebenerwerb in den Vollerwerb in die Sauenhaltung. Hi Annika! Schön, dich wiederzusehen. Ich bin 48 Stunden schweinefrei, habe neue Stiefel, neuen Overall mit und dann möchte ich gerne bei dir reingucken. Ja, perfekt, wir starten. Sehr gut. Ich bin heute bei Michael Hörstmann auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, der ein Aktivstahlkonzept hier im wunderschönen Münsterland verfolgt und bin ganz gespannt, in das Aktivstahlkonzept reinzugucken. Michael, lass uns loslegen. Ich zeige dir, es kommt mit. Cool, das heißt also, wir sind hier? Bei den Sauen. Den tragenden Sauen. Bei den tragenden Sauen. Die Tiere können sich aussuchen, wo sie hingehen. Die können einerseits in das Gebäude rein, in den kälteren Bereich, in den Liegebereich, können sich dann rückzugucken, dunklere Bereiche. Die können frei entscheiden, wo sie gerne hinwollen. So, da hinten läuft eins rein. Hier vorne kam gerade ein Schwein raus. Wir sehen da die Klappen. Funktioniert das wie eine Katzenklappe? Ist wie eine Rüsseltür. Also, die haben innen drin, haben die den kühleren Bereich, den Raum, wo sie sich zurückziehen können. Und dann gehen die ganz langsam durch die Tür raus und gehen die Stufen vorsichtig runter und können draußen im Strohbereich suhlen, Körner suchen oder auch ganz in Ruhe auch einfach mal pennen im Schatten. Okay, das heißt, die haben im Aktivstahlkonzept unterschiedliche Bereiche, die dem natürlichen Rhythmus des Schweines irgendwie annähernd gerecht werden sollen. Wie oft fütterst du am Tag heute? Je nachdem, wie oft die es brauchen. Also, wenn ich merke, hier liegt schon mehr, dass sie einfach kein Bedürfnis mehr nachhaben, dann lasse ich es weg. Aber wenn die jetzt wirklich da Hunger nachhaben, dann müssen die natürlich die Menge haben, die sie auch dann brauchen. Dann wicke ich der Schwung auch rein. Und deswegen würde ich dich einfach bebeten, schmeiß einfach mal rein. Und jetzt hast du halt hier den Parcours mit den verschiedenen Heuraufen, mit der Tränke, mit der offenen. Und Michael, wenn du jetzt so die Bereiche, wenn wir die Bereiche sehen, dann hast du ja auch ein deutlich höheres Platzangebot geschaffen bzw. deutlich höheren Aufwand. Wir verteilen jetzt hier wieder Heu mit Hand. Wie sieht das mit der Vermarktung aus? Also wie vermarktest du am Ende deine Ferkel? Unsere Ferkel gehen über das Aktivstallkonzept weg. Das heißt, unsere Ferkel von 8 bis 25 Kilo gehen über verschiedene Mäster weg. Gabriele Mörixmann ist eine davon, die kriegt hier als Babyferkel. Und zwei weitere Mäster kriegen unsere Ferkel auch. Und anschließend werden die über eine Lohnschlachterei geschlachtet und gehen da an die verschiedenen Fleischereien und von da aus an die verschiedenen Märkte, wo sie dann verkauft werden. Das ganze Konzept beruht darauf, dass halt der Verbund Schweinehalter oder Tierhalter mit den Fleischereien, mit der Verarbeitung komplett zusammenarbeitet und transparent arbeitet, um dann halt einen gewissen Mehrwert herauszuziehen für alle. Also Michael, da haben wir deine Abruffütterung über die Transponder im Ohr. Ist da irgendwie ein großer Unterschied zu der Transponderfütterung, die wir im Sauenbereich sonst kennen? Ne, das ist eigentlich genau dasselbe. Das ist eine ganz konventionelle Abrufstation. Die Station hat innen drin ein Lesegerät. Er kennt die Ohrmarke des Tieres und Ohrmarke sagt der Station, ich habe noch die und die Futteration, die ich gerne verteile am Tag. Die Sauer kann somit auch frei wählen, wann sie fressen geht, wie oft sie fressen geht und kann sich ihre Menge selber einteilen. Die Besonderheit am Aktivstall ist ja, dass die eben rein und raus können durch die Soundklappe im Endeffekt. Kannst du mir die mal zeigen? Natürlich! Michael, warum Aktivstallkonzept? Ja, es gibt mehrere Punkte. Einerseits das Tierwohl, was mich wahnsinnig begeistert, vertrauensvolle, sichere Zusammenarbeit, Transparenz in der Vermarktung, aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Das heißt also, du sagst, das Konzept ist für dich nachhaltiger, zukünftig und Nachhaltigkeit ist auch ein gutes Stichwort, denn Michael hat noch einen weiteren Clou hier in das Konzept eingebaut, ein Luftwärmetauscher, aber dazu später mehr. Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung bei dem Aktivstallkonzept, das Konzept erfolgreich zu betreiben? Dass der Verbraucher auch akzeptiert, dass es einen gewissen Mehrpreis hat und dass es auch an der Theke gekauft wird. Also der Verbraucher kann von sich aus entscheiden, mehr für dieses Tierwohl zu tun. Und das muss auch geleistet werden. Und wie kann der Verbraucher das unterscheiden? Also woran sehe ich, dass das ein Aktivstallprodukt ist? Das sind verschiedene Labels. Einerseits läuft das unter der Marke Aktivstall für Schweine, andererseits unter Glück satt. Und man kann es über mehrere Märkte erwerben oder halt über einen Onlineshop. Also politische Rahmenbedingungen ändern sich ständig und das ist ja genau das, was wir als Landwirte ja immer kritisieren. Ich meine, wir haben kaum Planungssicherheit. Wie bist du mit dieser Unsicherheit an den Bau rangegangen? Wir haben ja irgendwo Vorschriften für den Platzbedarf. Mit wie viel Platz hast du gebaut und was kommt vielleicht in Zukunft? Genau. Also als wir den Bauantrag gestellt hatten, gab es grundsätzlich noch erst das Thema Bewegungsbucht. In der Antragsphase ist es rausgekommen, dass die Bucht 6,5 Quadratmeter groß sein sollte. Und das konnten wir einhalten. Wir haben immer gesagt, wir machen mehr als das, was der Standard macht. Das sind hier 7,5 Quadratmeter Bucht, 5 Quadratmeter Bewegungsraum für die Sau. Und das konnten wir gut einhalten. Jetzt ist aber schon das neue Bestreben von Cem Özdemir zu sagen, wir brauchen 8,5 Quadratmeter. Jetzt haben wir alles in der praktischen Umsetzung gesehen. Cem, lass uns mal die Pläne angucken. Ja, komm mit. Das ist jetzt der ganze Stallbereich oder der Tierbereich. Hier haben wir einmal den ganzen Neubau, der jetzt 2021 gebaut worden ist mit dem Abzirkelbereich. Hier ist der tragende Stall, wo wir waren. Da waren wir hier in dem Auslauf drin. Der ist neu dazugekommen. Die Ausläufe hier zwischen sind neu. Der Ferkelaufzuchtbereich wurde innen umgebaut. Der Maststall wurde innen umgebaut und eigentlich haben wir alles einmal komplett renoviert. Hat finanziell was für einen großen Aufwand mit sich gebracht? Wir haben hier in dem Gesamtumbau ca. ein Investitionsvolumen von 2 Millionen Euro. Also mega mutig, 2 Millionen Euro in die Hand zu nehmen für eine Zukunft, die ja irgendwie planungsmäßig ein bisschen ungewiss ist. Wie hast du das gestemmt? Also gab es Fördermittel? Genau. Kannst du ein bisschen was weitergeben? Wie kann ich mich an so ein Riesenprojekt dran machen, wenn ich zukunftsfähig Landwirtschaft machen möchte? Gerade für den Neubau haben wir wichtige Fördermittel mitnehmen müssen, die auch für das Planungsziel sehr, sehr wichtig waren. Das war die AFW-Förderung, die wir genutzt haben. Also sprich die Tierwohlförderung nach den neuesten Tierwohlstandards. So kann auch darüber hinaus haben wir gebaut. Das heißt, die Regierung hat damals gefördert, was jetzt heutzutage gar nicht mehr Stand ist. Und das innerhalb von 5 Jahren komplett über den Haufen geworfen, das ist einfach kein Zeitraum in der Landwirtschaft. Denn wir bauen für 30 Jahre oder noch länger. Und wir gehen in den Technikraum? Wir gehen in den Technikraum. Das Klima wird immer heißer und Nachhaltigkeit war ein Aspekt für das Aktivsteilkonzept. Aber Michael hat noch etwas Besonderes eingebaut, einen Luftwärmetauscher. Michael, wie funktioniert der Luftwärmetauscher? Wir haben hier eine Menge Photovoltaikstrom auf dem Dach sitzen und ich habe mir immer gedacht, wie kriegen wir am besten hier Energie verwertet. Deswegen haben wir uns für einen Luftwärmetauscher entschieden, der über Strom Wärme erzeugt und im Pufferspeicher speichert und an die Ferkelnester abgibt. Wir können kühlen, wir können heizen. Hast du da irgendwie Fühler dran, wie viel das Ferkelnest braucht? Die Fühler sind im Stall verbaut, der Rest regelt die Steuerungseinheit. Besonders wichtig ist das dann ja bei den Ferkeln, weil die keine eigene Wärme erzeugen können am Anfang. Und da hast du ja den höchsten Energieaufwand, was Wärme und Kühlen angeht. Können wir uns das direkt anschauen? Gerne. Okay, ich sehe hier Wärmeplatten, bei dir sind es aber besondere? Genau, das sind Fußbodenheizungen. Die können einerseits kühlen und andererseits wärmen. Also gerade wenn ich jetzt einen Wind habe, der gut kalt ist, kann ich hier die Wärme generieren, die die Ferkel brauchen. Die 28 Grad, die das Ferkel haben will im Nest, kriege ich hin. Aber im Hochsommer, gerade jetzt mit 36 Grad, die teilweise werden können, oder auch längere Sommer mit hohen Temperaturen über 30 Grad, kann ich die auch kühlen. Okay, das heißt also, du hast dann den Vorteil, bei uns sind es ja nur Wärmeplatten. Du hast jetzt den Vorteil, du kannst bei einer Außentemperatur von 36 Grad auf wie viel Grad runterkühlen? Ja, 22, 20 Grad kann ich runterkühlen. Würdest du sagen, dass es jetzt, du hast damit deinen Arbeitsalltag und dein Konzept gefunden, was dich als Landwirt zukunftsfähig und glücklich macht? Definitiv, ja. Es macht richtig Spaß, das Aktivsteilkonzept hier bei Michael zu sehen und zu erleben und motiviert vor allen Dingen, dass ein junger Landwirt so einen Mut anbringt, in die zukünftige Sauenhaltung zu investieren. Ich sehe die Vermarktung noch als große Herausforderung, denn dieses Konzept ist vom Aufbau und der Finanzierung her deutlich teurer als auch wie von der Haltung und das muss am Ende im Endprodukt vergütet werden. Ich hoffe, dass wir das gesellschaftlich und auch politisch langfristig hinbekommen und das wünsche ich mir vor allen Dingen für Michael's Mut. Was sagt ihr zum Aktivsteilkonzept? Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da oder kommentiert gerne in den Kommentaren. Und meine Kollegin Marie hat auch ein weiteres Video zur Schweinehaltung, das findet ihr hier.